So, es ist wieder Duell-Zeit! Mit dabei ist der... Ian... I... Wer auch sonst? Ich hatte gerade so einen geilen Aufblick mit der Autosakiert! Ja, sorry! Ja, ein Duell, das heißt One-on-One auf der Karte Lockdown. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal rein. Wir hatten gerade eben eine Aufnahme versucht, aber dann ist mein Spiel abgestürzt. Ich liebe es, Pastille. Der hat sein Computer gesagt, dass es abstößt, wenn ich mit... 54 vorne leg, du warst 5,404. Ja, 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 drin. Da sähe dir einen, er hat sich als Anfall bringen, ne. Also, da sähe dir, der Jan kann einfach nicht verliehen. Kannst mich mal? Ich bin mit dem letzten... I-Sehrt, den nächsten, ich glaub, im dritten nächsten Skyrim Part, eh, verrück' ich... Also, da werden wir sehen, dass es... Spoiler doch nicht immer alles, Junge! Spoiler, Jo! aus dem sky ist doch nicht so schlimm man drückt eher alle zwei minuten f5 oder also ich mach's zumindest ich hab einmal so gefällt da muss ich die ganze scheiße nochmal spielen weil ich dann ab sofort alle fünf minuten gespeichert wobei das krieg ich auch nicht immer hin na wo bist du du mongolid so ich habe eigentlich eine ganz beschissene Position muss ich sagen ich gehe es mir auf den Sack diese Teile die machen solche lauten Geräusche es echt ich meine sie heißen ja auch Störer aber irgendwo ist auch mal eine Grenze hast du ein Störer dabei? ja ich hab ein Störer dabei oh meine Eltern sind gerade nach Hause gekommen uuuuuh du hast Eltern mhm da war's schon äh da lag's schon 5 4 oder? statt schon 5 4 um die Zeit mhm ich seh dich einfach nicht oh mein Gott wir hätten vielleicht 15 Minuten einstellen müssen und ich 10 ich glaub ich hab dich gesehen ich glaub ich hab dich gesehen AAAAAAAA und ich guck auch aus der Scheibe ich guck auch aus dem Fenster raus ich glaub ich hab dich gesehen und dann läuft sie einfach um die Ecke ha 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 ja die ACA scheint etwa ja die ACA ist nice aber ich hab die Skala äh hhh Alter Jan musst du dir mal alles kaputt machen was witz ja du hast deine sagen kaputt gemacht schäm dich das ist nicht schön das ist das Eigentum der was bin ich eigentlich was bin ich eigentlich Spätz nass. Hallo, Eigentum der Russen. Also gehört zu jedem. Man wird's ernsthaft hier in so'n Säulenkampf. Alter. Jetzt dringend bringst du mich um. Ich fass es nicht. Ich hab auch keine Munition mehr ab wegen dir. Danke. War das ein strategischer... Ach, scheiße, Mann. Hättest sogar fast Absicht sein können. Dass du meine Munition leerst. Du kleine Hude. Wisst ihr, ich vertraue dem Jan nicht mehr. Einmal hat er mir gemeint, ja, warten wir ganz kurz. Und dann stand er hinter mir. Der kleine Mongo. So. Spannung, Spannung, Spannung. Halten, 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 halten. Alter, das kann nicht was... Ich hör ständig deine Schritte. Macht mich fix und fertig. Nee. Ich hör deine lustigerweise nicht. Ja, ich hab, äh, Special Modus drauf, dass du meine Schritte nicht hörst. Calls. Lautlos. Ich hör nur noch Piepsen. Das einzige, was ich hör, ist Piepsen und deine Schritte, wenn's... Scheiß, die Wanderung, verdammte Scheißdreck. War ich mal schneller als du, Alter. Ja, weil du das schnellerige WM hast, oder? Nee. Du hast mich früher gesehen, das war der Vorteil. Und schon wieder steht es unentschieden. Und nach sechs Minuten, oh mein Gott. Die Spannung steigt. Tut mir leid, wegen dem, äh, letzten Duell, dass das Ende so abgebrochen war, aber meine liebe Festplatte war voll. Oh, niemals, Alter, niemals. Das war so glück, das war so glück. Äh, ja, das... Ich hab ja noch den Endstand unten drunter geschrieben, und es war auch klar, wie ich, wie es, äh, geendet hat. Hat man ja gesehen, am Ende, zumindest. Aber... Ich versuche ab sofort aufzupassen, mir, bei einer Batman-Folge ist mir das auch passiert, das werdet ihr dann auch sehen, falls ihr Batman guckt, das hoffe ich, Leute. Schaut Batman! Oder Skyrim. Ich hab einfach alle Videos, oder was meinst du, Jan? Och Jan, was soll die Scheiße? Du sollst auch... Ja, sorry, aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Nein, du sollst jetzt auch mal ein bisschen was kommentieren. Ich bin ja allein Unterhalter. Wir können auch gleich one on zero machen. Einfach ganz, äh, gechillt. Ich laufe durch die Map und stelle sie ein bisschen vor, die Gänge. Ja, ich muss mich eigentlich auch konzentrieren, aber... Das mach ich alles nur mit den Zuschauern. Wo warst du? Wo warst du? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, die Herren, das ist so eine Marde. Ich hab dich gesehen. Ach du Scheißdreck. LOL! In der Abschlusskamera ist sie, Jan, du hast ein Wallhack. Alter, du bist so ein Versager, echt. Was? Da war die ganze Zeit sie. Hä? Ah, verstehst du den Witz nicht, Junge? Bist ein bisschen... ...zurückgeblieben, gell? Nahahahaha! Ich bin Jan. Ich versuche... auch die andere so die Scheiße das kann ich mir eine neue Esmine suchen oder sterben auch Scheiße ich hab mir schon gedacht das wird bestimmt fehl nein ja das Spiel ist gelaufen du hast gewonnen GZ GG Quatsch was gibt's denn so viele Aufnahme ah du hast doch nicht Predator Clash wer sagt nur das nicht Predator Clash wer sagt nur das nicht Predator Spiel das ist gleich die Reaper oder was weiß ich obwohl die macht ja am meisten sind ja die Reaper naja wie malz Alter wie malz wie ich so geblutet haben muss ich hab kaum geblutet eigentlich was ich hab ne schnelle Regeneration kennst das ja an COD ja bestimmt jetzt schau ich mir das mal an jetzt hab ich was lächerlich lächerlich also lächerlich damit wir die Zuschauer recht geben das war wirklich lächerlich Skandal du elender so das war schon mal mit dem Teil das war's jetzt mit dir ja irgendwo bist du schon gegenüber auch fucking schon eine Position wo hat mich Mongo mhm mhm da 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 war hier ich Louis mich was die ули ist der nächste Jahr nach dem Junge r es war so klar wenn du mir reinläuft moment mal kurz und ja das ist wieder hinter mir kommen aber er muss weg es gibt so Moment jetzt dass ich dir liebe Leute es gibt auch ein RL ein Bierlein und er macht immer wenn er ist mir kaputt dieser Versage Jan 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 vielleicht doch doch so gut geeignet worden und das so zu vermitteln die ganzen Gängen und so was machst du m naja naja es geht ja so ein Führer und Piers und Führer und Wolle ist aber kommentare abgeben das ist das letzte Mal das Wort die Musiker hat ja es ist das Bonnet ihr seien und ich gebe es auch zu das war gerade so eine Bissarie aber ist also die Hachstisch was euch machen in die andere diese Lärmung ist immer schon der beste Mann das möchte nein das möchte Wo ist der Behinderte? Ja, bestimmt. Ja, ja. Komm, komm, komm. Das ist aber nicht fair geworden. Ich spiele auch die Man-Points zum ersten Mal. Das ist voll der Nachteil. Alter, 9-5, komm. Alter, die Fresse. Das ist halt jetzt mal... Einfach mal... konnte ich ja nicht mehr zeigen, was ich kann, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Ach so, deswegen füllen wir auch einen Kanal zusammen und machen Let's Plays zusammen und... Bis man feint! Ja, wenigstens ist doch ein Abschluss. Verdient. Siehst du, jetzt Boston wieder am anderen Ende der Welt. Ähm, A... A, D, W. Ne, oder? Das war meine, oder? Das war, das war Lack. Das war meine, oder? Ja, ich spiel keine S-Mil. Ich spiel keine S-Mil. Musst du mir sowas antun oder auch noch? Und schon steht es 2 zu 1. Ja, ja. Du greifst mir noch in die Nase, du Madel. Ja, war ein schönes Game. Aus seiner Sicht, aus meiner, überhaupt nicht. Ich bin sauentäuscht. Dafür habe ich hoffentlich euch unterhalten. Oder besser gesagt, wir euch unterhalten. Wir euch unterhalten, auch wenn ich gar nichts gesagt habe. Sondern nur in der Ecke gechillt und friedlich gebarrt. Ich muss mir, glaube ich, mal die Skyrim-Apps anschauen und du überhaupt was sagst dort. Und einfach, wenn du durch die Gegend läufst. Oh, ein Drache. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich... Kritisier mich nicht so hart, nur weil er verloren hat. Wenn ich Jan in die Presse schlage oder er mich. Aber ich glaube eher ich. Oder? Ja, ja. Ja, gut, Hochmut kommt von dem Fall. Dumm. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Macht's gut, Leute. Und schaut auch die anderen LPs. Bis dann.